Hallo ihr Lieben! Hi! Wir sind wieder da und wie ihr seht sind wir nicht alleine, sondern haben tatkräftige Unterstützung an unserer Seite von unserem Babymädchen und die kleine Maus ist nicht erst seit gestern da, sondern schon seit sieben Wochen. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit dem Start von neuen YouTube-Videos, weil wir natürlich erstmal in die Rolle der Eltern reinwachsen mussten und das wird eh noch ein bisschen länger dauern. Ja, aber wir sind wieder da und wir freuen uns jetzt mit euch in die Weihnachtszeit zu starten und damit das auch so richtig weihnachtlich wird, haben wir heute ein neues Intro gedreht, auch wenn es dieses Jahr kein richtiges Vlog missgeben wird, wie im letzten Jahr. Das schaffen wir nicht. Nein, aber wir werden es uns natürlich nicht nehmen lassen mit euch in die Weihnachtszeit zu starten und wir haben uns alle sehr feierlich angezogen, wie ihr seht. Und haben jetzt vor, mit zwei Videos pro Woche zu starten. An welchen Tagen werden wir euch jetzt einmal hier einblenden und die Uhrzeiten dazu, dann seid ihr nämlich nicht verwirrt, sondern habt das komplett im Begriff. Die ersten Videos werden nochmal so ein bisschen ein Rückblick sein von dem, was wir so die letzten Wochen oder Tage vor der Geburt erlebt haben und da sind so einige spannende Sachen dabei, die ihr natürlich nicht verpassen dürft. Nein, und für alle, die sich vielleicht wundern, warum ich die kleine Maus hier auf der Schulter trage, wir haben uns entschieden, die kleine Maus zwar mit in die Videos zu integrieren, aber ihr Gesicht nicht zu zeigen. Genau. Und genauso werden wir es auch auf Instagram halten. Also sie ist mit dabei und ja, wir wollen sie aber dennoch schützen. Genau. Und wir sind sicher, ihr versteht das. Schatz, wollen wir eigentlich den Namen verraten? Wollen wir das heute machen oder schauen wir mal, ob wir das irgendwann später machen? Dann im nächsten Video. Also im nächsten offiziellen Video, nicht in den Rückblicken. Genau. Davon sind glaube ich noch drei Latteleinen, genau, die wir euch in der nächsten Zeit jetzt dann präsentieren werden. Und dann kommt wieder aktuelles Material, das richtig zeitnah ist. Hoffen wir zumindest. Hoffen wir nicht. Geplant ist im Moment, dass wir immer ein aktuelles Video und ein Schwangerschaftsvideo bzw. ein Babyvideo pro Woche hochladen, damit das nicht sich so unweihnachtlich anfühlt. Aber das werdet ihr sehen und wir sind uns sicher, ihr seid ja noch mit dabei. Egal, was wir euch zeigen. Gibt es sonst noch was Neues, was wir noch erzählen können? Sonst noch was Neues? Wir haben Haustiere, hast du das schon erwähnt? Haustiere? Haustiere? Wir haben drei Hunde, haben wir das schon jemals erzählt? Ich glaube, die kennt ihr alle. Die werden uns natürlich auch weiterhin begleiten. Die sind auch immer noch dabei. Und wir können euch dann auch zeigen, wie die drei süßen kleinen Mäuse mit unserer süßen neuen kleinen Maus umgehen. Denn da können wir eigentlich sagen, dass das ganz, ganz toll klappt. Genau. Also keine Sorge, Emma, Faye und Lotta sind immer noch da und denen geht's prima. Die haben nur nicht mit ins Bild gepasst und wollten sich nicht weihnachtlich anziehen. Also, ja, dumm gelaufen. Aber das macht gar nichts. Und ich glaube, jetzt spannen wir euch nicht weiter auf die Folter. Ihr habt schon viel zu lange das Vorgeplänkel hier gehört. Wir zeigen euch jetzt am besten mal den neuen Trailer, den ihr ab sofort immer bei den Videos am Anfang sehen werdet. Genau. Zumindest in der Weihnachtszeit. Richtig. Wir freuen uns auf euch im nächsten Video. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.